Jetzt hat die Kuh eine Glocke am Schwanz, damit sie nicht wegläuft. Halt da, was ist das für eine Frage? Das weiß doch jeder. So, wie geht das denn? Wir kommen auf die Idee Kühl-Vinilpferde. Wir kommen auf die Idee Kühl-Vinilpferde aussehen zu lassen. Wow, offensive. Kannst nicht einfach sagen, dass die Kühe wie Nilpferde aussehen. Dude, what? Nicht in Ordnung, nicht in Ordnung. Du kannst die Beta schon zusammenlegen, zwecks Platz. Brudi, meine ganze fucking Farm ist einfach voll mit Müll. Als ob ich gerade ein Problem mit Platz habe. Halt, ich schaff's ja nicht mal, die paar Dinger hier voll zu machen. Was soll ich hier gerade für Platznöte haben? Halt, ich schaff's ja nicht mal, die paar Dinger hier voll zu machen. So... Also... Ich glaube, wenn man halt irgendwie in Jahr 3 oder 4 ist, dann ist das halt alles voll okay. Und dann kannst du das halt echt krass minmaxen und gucken, dass du halt so viel wie möglich aus dem Feld rausbekommst. Ich bin halt literally im zweiten Monat so... Ich hab weder die Finanzen noch die Ausdauer, um das ganze Feld zu pflügen. Daher bringt halt Null einfach, wenn ich das jetzt mache. Daher bringt halt Null! Daher bringt halt Null! Daher bringt halt Null! So. Knuddelratte, danke für deinen Sub. Einfach Nuddelratte. Sehr gut. Äh, da, das kann auch weg. Hm, okay, cool. So, jetzt erinnere ich mich morgen, dass ich in diese Kirche reingehe, damit ich diesen Event mache und das nicht wieder vergesse. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles für heute. Uh, die wachsen aber fix. Ich glaube, ich habe alles für heute. Ich habe echt das Gefühl, den nach Futter hinzulegen, ist halt total unnötig. Also, es bringt halt nichts irgendwie. Die fressen das zwar, aber die nehmen das ja dann trotzdem noch am nächsten Tag. Ich glaube, ich glaube, ich habe alles für heute. Sehr gut. Dünger nur von der Quelle. Ach Gott, schon wieder dieses Thema. Fangen wir einfach nicht mit an. So, lohnt sich nicht. Macht einfach keinen Sinn. So, ist einfach egal. Megagut. Oh mein Gott, Alter. Dieses ganze Feld ist einfach schon eine Verschwendung von Energie. Warum ist das einfach auf die alte Art und Weise? Das ist einfach nicht so. Okay, so weit, so gut. Hm. Werfen die Eier wieder kurz in die Therme, damit wir da die geilen Eier kriegen, verkaufen sie für ultra viel Geld und dann können wir uns noch mehr Stuff kaufen. Was sind das eigentlich für creepy Pflanzen, diese zusammengeschlängelten Mann? Ich weiß halt, wie die in Mass Effect Andromeda irgendwelche Alien-Pflanzen darstellen sollten und sag mir bitte, dass das der Fall hier ebenfalls ist. Würde mich sehr glücklich machen. Äh... Okay, weg damit. Okay. Ja, okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das heißt, ich hätte einfach direkt mal losgehen können, um mir mehr Mais zu kaufen, aber verkackt, würde ich so sagen. Ich glaube, 16 Uhr ist ja auch Cliff schon wieder abgehauen. Das heißt, dem kann ich auch nichts mehr geben. Hm. Yep. Wenn er denn wenigstens wie Shane wäre und irgendwo in einer Bar abhängen, wäre das zumindest noch irgendwie was Cooles. Aber er ist ja... ...forever depressiv, so. Der Miene ist dann nach Geldbuddeln. Jetzt eh schon zu spät. Also jetzt ist ja auch eh egal. ... 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 Dann müssen die Hühner draußen sein, bis man sie nicht mehr füttern muss. Die sind bei mir einfach den ganzen Tag draußen und gehen abends automatisch wieder rein. Und dann sind sie gefüttert. Puh, ich spinne. Das will ich nicht. Okay, du undankbares Stück. Was sind das denn hier? Plötzlich für manieren, Alter. Ehh, nein. Das... Ich schenke dir einfach glibberig, ekliges, rotes Gras, das von Herzen kommt. Und du bist einfach die super undankbare Bitch. Okay? Was zur Hölle einfach? Was denkt die sich eigentlich? Wir haben schon wieder vergessen, dass wir in die Kirche mussten. Fuck. Wie war's? Wir waren da, aber da war keiner mehr. Oder? Sie liebt leider Gurken. Uff. Kann ich hier auch in dem Spiel so ein Gewächshaus haben, wie in Stardew Valley, wo ich dann einfach das ganze Jahr lang irgendwelche Sachen anzüchten... äh, anzünden... äh, keine Ahnung. Ihr wisst, was machen kann. Ja, kann ich. Okay, schauen wir doch mal nach. Hat der offen? Cool, okay. Außer samstags. Äh, äh, äh. Wirst du irgendein Event in der Kirche auslösen? Ja, der war, glaube ich, Freitag 16 Uhr und ich war ja 16 Uhr rum da. Oder 18 Uhr oder irgendwie so. Ich werde mir einfach mal einen Guide durchlesen müssen, wie das funktioniert. Weil dieses ganze Halbwissen, was mir der Chat hier entgegenwirft, was vielleicht oder vielleicht auch nicht funktioniert, ist halt super gefährlich, Alter. Daher... Ich traue lieber irgendwelchen Schriften auf GameFAQs anstatt irgendwelchen Leuten, die ständig irgendwas in den Chat posten. Wenn ich jetzt drei Gold mehr hätte, könnte ich mir nochmal drei Maissamen kaufen. Halt... rip my life, so. ... ... ... is So, okay. Das war ziemlich super. Wenn ich jetzt noch spontan Geld finden würde, wäre das richtig lustig. Hm. Ich weiß, dass ich spontan hier auf diesem Feld Geld finden kann. Aber ich glaube, es wird langsam auch wieder schon zu spät. Der Laden macht halt gleich zu. Die Anna ist nicht schon fertig, sehe ich da? Eigentlich dürfte sie das nicht sein. Die müsste eigentlich noch größer werden. Nee, da kann ich noch nichts machen. Aber jetzt ist der Laden auch schon zu. Mann. Super ärgerlich, Alter. Ah, und ich vergesse, das Ei reinzupacken. Oh Gott, ich esse einfach ein furchtbarer Tag schon wieder. Nein, hier, da ist noch das Stuff drin. Das ist einfach eine Million Sachen. Go crazy, Bruder. Aber gut. Hier mache ich erst mal den Break. Cool, wir haben nichts bekommen. Hasse mein Leben. Und deswegen mache ich jetzt aus. I don't care. Bla, ich gehe Xenoblade spielen. Könnt mich alle mal. So doll. Gott, ich habe euch so lieb. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.